was geht was kommt was geht's wieder mal live warte ich guck mal ob das stream läuft bestimmt sind ein stream ok ok achso ok ok achso was sollt ihr sehen schreibt mir jetzt rw oder br ein zuschauer was will zu sehen rw oder bei real bitte royale oh shit nicht was ja ok dann mach ich einfach was ich will ich mach dann einfach bei real so guck auf handy zu ja 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 das runter fällt okay was ich zu ihm jetzt ja so erstmal paradise palms landen auf ehrenmann basis da macht pc aus weil dann gibt es schlechte wähler oha wie die daran daran nein nicht auf meinen account dann wird das beendet alles ich habe kein gta macht das nicht spiel gar nicht wenn du nicht willst weil es leckt gerade so richtig kommen Ohlum! Junge, ist legt zu hart, man! Dann mach mal WLAN-Verbindung weg, damit er nicht mit WLAN verbindet ist, ja? Psych! That's the wrong number. Das ist weg! Hasso? Weg! 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 Hasso? Hier! ich bin so schlecht geworden wo ist eigentlich der teil dafür diesen controller ich bin so dumm ich fall einfach runter und weil er schlecht will dann ist hat er nicht gebaut man dann bin ich gestorben in gefallschaden man ich will mein leben scheiß drecken er guckt jetzt guter picken aber bestimmt gleich wieder so ein eiler picken Ah 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 Eskler Mannippo, manigu dududududdu Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bekomme ich da durch Superkräfte? Ich kann mein ganzes in meinen Tamm mal zeigen. Ich fang mit meinen Skizzen an, ich würde auch manchmal so durch Skizzenphilosophie, also Wachenphilosophie. Nun laden wir uns ruhig auf dem Schlag mit dem Stand. Meine Wachen halt. Ich fang mit meinen Skizzenphilosophie. 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 Absch mam, dass ich kr 여러분 �aufen bin. Ich fang mit meinen Skizzenphilosophie. Ja, es英 their Nikoisikoishik Annem chase. Was ist das? R.A.L. Assault Trooper R.A.L.S.T.A.R. Ranger, der Dive A Pistole, copy Eyespinning, Postknot R.A.L.S.T.A.L.S.T.A.L.S.T.A.L.S.T.A.L.S.T.A.L.S.T.A.L.S.T.A.L.S.A.L.S.A.L.S.A.L.S.A.L.S.A.L.S.A.L.S.A.L.S.A.L.S.A.L.S.A.L.S.A.L.S.A.L.S.A.L.S.A.L.S.A.L.S.A.L.S.A.L.S.A.L.S.A.L.S.A.L.S.A.L.S.A.L.S.A.L.S.A.L.S.A.L.S.A.L.S.A.L Schnellhaber und Schreitunter. Die hab ich auch gemacht, weil die auf Schrotflinne mit Schrotflinne ist. Ich hab noch hier eine Schrotflinne. Das ist sowieso die eine Schrotflinne. Die hab ich grad eben bekommen. Dann hab ich schon nach dem Öl. Dann kommt es aber hier. Z.B. Die Grauenfeger werden bei Öl. Hier. Die Steine, die Steine. Die Steine raus. Dann hier die Rückenwäsche. Auch hier. Dann starte ich mal rein. Wir machen mal eine Mission. Das ist eine Mission. Die Zuschauer schnade. Die Steine zur Borgh splendete ist. Äh, hab ich gesehen. Das ist eine Wohnung nach. Ich habe es jetzt an Teresa. Was subst du nicht Das war's für heute. Wir sollten weiter expandieren. Wenn du bereit zur Verteidigung bist, wähle am Sturmschild-Konsolenmenü Schild erweitern. Anata! Hm? Kaboom! Nem das! Leider nein. Mit Liebe verschickt. Alles klar. Schildleistung steigt. Bereite dich auf einen Angriff aus dem Westen vor. Unfall. Angriff. Unfall. 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 Das wird nichts. Das wird nichts. I am K.A.L.T.E.R. 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 Die Lage hat sich beruhigt. Eine weitere Welle kommt bald. Bereite dich auf einen Angriff aus dem Süden vor. In ein Rekker zieht die Untertitelung des ZDF. Das war's für heute. aaaah 1 2 2 3 4 4 4 5 5 Ich habe keinen Bock mit dem Tv Ich fick mein Fortnite-Leben. Ich hab grad echt Bock auf ein Video zu reacten. Google Chrome. Wir reacten mal auf ein Video. Wie heißen die nochmal? Diese behinderten Typen da. Eher Beast-like. Guck mal das. 700! 700! 700! Frank aus, bist du behindert? Yo Leute, was geht ab? Ich komm bei einem Video. Ich prang heute meinen großen Bruder, weil er mich zuletzt geprankt hat. Und wir machen heute, oder ich mache heute, ich prank ihn. Ich hab hier seine Credit Card. Da. Und ich prank ihn heute. Ich geh jetzt in Gamestop. Da kauf ich mir irgendwie Spiele. Von Xbox und PS4. das. Das ist jetzt auch egal. Und dann hol ich mir noch 50.000 V-Bucks. Dann hol ich mir einfach noch PSN, dass ich die V-Bucks dann kann kaufen. Und dann verlosen wir noch 13.500 V-Bucks. Für das müsst ihr ein Like geben, mir und mein Bruder. Ein Like geben, folgen uns so das. Ich hab ja auch ein, ich werd ja bald auch ein, ein Gewinnspiel starten. Aber ihr müsst ja nicht abonnieren. Ihr müsst nur einen Kommentar schreiben. Darum versteh ich nicht, warum man ein Abo geil ist. Man muss gar nicht abonnieren. Das wird, dieser random Bot, der wird das nicht nur die Abonnenten, der wird die Kommentare machen. Instagram folgen und einen Kommentar schreiben, wieso ihr die V-Bucks gewinnen wollt. Lego. Wieso? Wieso will man die V-Bucks gewinnen? Um die einzulösen. Warum will man die sonst gewinnen? Versteh ich nicht. So Leute, ich bin jetzt zu Hause angekommen. Hier ist wieder die Credit Card. Ich hab die Mann verdeckt. Ich möchte, dass ihr den Namen nicht seht und die Zahlen. Und jetzt hab ich hier die Spiele, weil ich glaube, ich glaub, ich muss die V-Bucks. Das war's. Die PSN-Karten sind jetzt hier drin. Merkt euch das jetzt. Die PS4-Karten sind noch drin. Das hab ich alles gekauft. Es sind ein paar PS4-Karten, die ich halt wollte spielen. So Leute, jetzt geht's jetzt los. Ich hab dort auf dem... Ein Prank. Ist nicht, wo man was will. Ein Prank ist, wenn man das kauft und dann wieder zurück gibt. Aber doch nicht, dass man das spielt. Auf dem Tisch habe ich jetzt Sachen gekauft. Die ist da hier drin. Und ich schreibe jetzt ein bisschen auf. Was ist das? Was ist das? Gut gespielt. Also... Props gehen raus. Was? Das ist Tomatensuppe. So, wie geht's dir? Was ist das? Schwimm mal jetzt. Schwimm mal jetzt, setz dich doch rein. Ja, ich streich meine Probleme an die Wand. Ist der Wächste. Das ist normal. Das ist so eklig. Das ist so eklig. So. Was hast du heute gemacht? Nee. Hast du für Schule gelernt? Was? Nö. Lern doch für Schule, du Behinderte. Ich hab dir doch geschrieben, lerne für Schule. Hast du nicht? Doch, hab ich. Halt die Fresse, Kurt, ich zeig dir. gut nachgemacht wenn der Bruder gesagt hat ich hab dir das geschrieben hat er das geschrieben was labert dieser Glucka da hier guck ich steig jetzt hier wo bist du ja du musst Penner da hier schau da Penner siehst du Lern für Schule hast gesehen warum liest du es nicht wenn ich dir schreibe jub dich nicht oder was so und was hast heute so gemacht alles was ist gelaufen nix hä nix schirmer am rande röpsen was nix du sollst auch irgendwas gemacht haben nix was ist das geht mal runter geht mal runter guck mal rein tschüss so wo hast du das alles gekauft was gekauft gekauft mein Name war uberwöwe in die treffe uberwöwe und sass leg dein Handy weg wenn du jetzt keinen Stress willst sofort leg dein fucking Handy weg nerv dich nicht wo hast du das her hast du das alles gekauft mit welchem Geld ja guck mal was denn noch drin ist alter kauf dir einfach Xbox Spiele für was hast du Xbox Spiele gekauft wir haben nicht mal eine Xbox behindert zum verkaufen ja genau zum verkaufen man kann alles klar er kauft sich Spiele zum verkaufen ja warum hast du das gekauft bist du bescheuert oder so nix du weißt schon dass das na Luca Luca das ist jetzt nicht dein fucking ernst das ist jetzt nicht dein scheiß ernst mit meiner Kreditkarte mit meiner fucking Kreditkarte ist das dein ernst ja und guck was noch drin liegt was noch drin liegt ey das ist jetzt nicht dein ernst 50 Dollar Luca das ist jetzt nicht dein fucking ernst willst du mich verarschen machen hä ich stehe jetzt jetzt merkt man dass das die größten Faker sind er hat gesagt also 500 PSN Karte also 500 PSN Karte er hat die Tüte geworfen aber da kam nichts raus da müsste was auf dem Boden sein guck mal ich spür mal bisschen zurück das ist nicht dein ernst 50 Dollar 50 Dollar Luca das ist jetzt nicht dein fucking ernst ja 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 nein ich mach gerade ein Video ich reagier gerade auf ein Video willst du mich verarschen machen hä ist still habt ihr gesehen habt ihr gesehen das ist nicht dein fucking ernst er hat die Tüte geworfen willst du mich verarschen machen hä seht ihr da müssen die PS4 Karten rausfallen aber es ist Fake chill jetzt willst du mich verarschen du kannst doch nicht mit meiner fucking Kreditkarte irgendwelche dreckige Fortspiele kaufen chill man die will ich nur kaufen halt die Fresse hör auf jetzt ich will die verkaufen warum nimmst du meine Luca hör auf jetzt hör mir zu hier sieht man dass es Xbox 360 Spieler sind und die will keiner kaufen nein nein warum nimmst du meine fucking Kreditkarte spinnst du ja guck dir geh mal hör auf jetzt nein du kickst jetzt nicht versteckt jetzt rein guckst du mal zu so am diesen Automatik machen und dann hast du ja ich weiß weil ich keine Codesperre drin hab bist du behindert Luca ist doch egal ist doch egal wahrscheinlich was so Fake ist der Junge darf gar nicht mit einer Kreditkarte was bezahlen ich kann mich nicht verarschen wie viel hat das alles gekostet PSN hat 500 500 ja Junge ist der Bruder dumm 50.000 V-Bucks er zockt selber Fortnite 50.000 V-Bucks und 500 Euro er weiß es noch nicht mehr du spinnst doch wohl gib dir einfach 500 aus guck 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 seht ihr da muss was rausfallen ist aber nicht wie viel haben die Scheißspiele noch gekostet ja 200 200 ja 200 700 xbox 360 Spiele kosten nicht 200 Euro dann 3 oder 4 PS4 Spiele die kosten höchstens 100 Euro aber die xbox 360 Spiele kosten gar nicht bist du behindert Luca alter du kannst doch oh mein Gott sieben 100 chill chill jetzt mal was für chillen alter du kannst doch nicht sieben sieben fucking 100 chill jetzt mal gut gespielt oh mein Gott chill hey jetzt chill mal was chill was chill ich will sie das aufwerfen was chill ich will sie das aufwerfen hör auf mach keinen Scheiß jetzt ja ich will es gleich aufwerfen ey Luca mit Luca wie hast du das gemacht mit meiner scheiß Kreditkarte was halt auf ich schlag dir den Blech auf die Haut ey ey ich schlag dir das so gegen deine Bilder hör auf jetzt ich hab dich so kaputt du kleine Luca jetzt erklärst du mir von setz dich doch hin setz dich sofort dahin setz dich dahin jetzt hab ich gesagt ja hat's weh getan ja so von wo hast du meine Kreditkarte ich hatte mein Portemonnaie dabei nein guck mein Portemonnaie ist in meine Umhänge-Tasche laber jetzt keine Scheiße und die Kreditkarte die lag hier ja genau auf dem Fleck hier guck guck hier ist mein scheiß Portemonnaie siehst du es ja siehst du es und die Kreditkarte war hier ja da wo du vorhin noch da warst ja weil ich sie vergessen hab du Spasti ja warum sind hier Kommentare deaktiviert zu viel Hate oder was du bist nein ey ich krieg die Krise man hier kannst du spielen hier oh ich hab den Typen gemocht aber der geht zu weit ich krieg deine Spiegel Alter wir haben nur noch PS3 das ist ja gut weißt du bist du lustig bist du mich eigentlich komplett verraten nein gut dann kommst du komplett um es gibt einfach sieben fucking hundert Franken für diese scheiße aus stimmt der ganze Gessen die wohnen in der Schweiz und ist das hier kein Euro sondern Franken das geht doch nicht Luca ich weiß gar nicht was ich sagen soll das hättest du gemacht wenn ich 1.000 gemacht hätte dann wärst du noch mehr gewesen du Lack nein nein alter sieben Runde Luca wirklich das geht so weit du kannst doch nicht einfach mein ganzes Geld auf den Kopf kloppen ja aber zum verkaufen weißt du dann machen wir viel mehr Luca du gibst hör auf du hörst mir zu nein mit den Spielen sag ich dir bekomme mindestens 5 75 Euro ja wahrscheinlich seids ruhig du gibst mit meiner Kreditkarte siebenhundert fucking siebenhundert Frank aus bist du behindert man hä bist du bescheuert bist du behindert das haben sie gut gemacht die könnten ja machen keine CD da rein tun aber da sind sie hinten drin man hört was mit dem keine Ahnung mit dem Sound ist mir scheißegal ich fick deine Dreckspiele ja das ist jetzt kaputt gegangen hier hä ja bist du behindert du weißt schon du hast grad Geld von mir einfach so kaputt gemacht das ist nicht kaputt er hat die ja gerade geworfen was hat der die ganze Zeit gemacht du weißt schon du hast grad Geld von mir einfach so kaputt gemacht er wüfft mich kaputt nein gar nicht er wüfft nur die ganze Packung so gegen die Wand ja guck was das hä wo ist das kaputt wo gib mir jetzt die erste Idee ich sei recht jetzt hier schau schau zu schau zu hier schau hier guck siehst du das siehst du das siehst du das siehst du das alles nein guck hier deine scheiß Spiele kannst du in den Arsch stecken in deinen Arsch stecken gib mir die Spiele jetzt hier her und jetzt sagst du mir sofort warum hast du das gemacht nein warum hast du das gemacht wieso hast du das jetzt gemacht das ist jetzt schon wieder mal guck mal zu mir wieso hast du das jetzt gemacht was ist jetzt schon wieder mal guck mal zu mir das ist jetzt nicht einfach gegen ernst luca sag mir jetzt wo hast du dieses spiel 1000 euro für 1000 euro ausgegeben frank das interessiert mich irgendwie wie will er das faken dass er 1000 euro ausgegeben hat weiter auf die folter einfach den fortnehmen draußen ja ich will nicht aber dieses dieses zimmer kaufen das hier und ich will eben pranken dass ich 1000 euro für vollbox ausgebe was für was gibst du das aus 1000 euro für was für vollbox ausgebe aufregend wenn du mal wenn du von mir 1000 euro für vollbox ausgibt und ja warum er sagt er sagt leute wir sehen uns wenn es losgeht leute es geht es los circa drei minuten später aber das gefährliche spiel ich würde sagen dass gefährlich ich habe die kamera dienen abh abh Nee. Versuch mal da runter zu gehen. Ich kann ja nicht runter gehen. Oh Mann. Nicht, nicht, nicht. Jetzt ziehen wir. Wie machst du das denn? Bewegst du das denn? Echt, Oma? Bei mir? Nein, 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 das gefällt. Geh mal runter. Halt mich mal fest. Wie das? Nein, 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 nein. Das spielt da nicht. Wenn du dann drauf gehst, kannst du das nicht? Ich will jetzt erstmal wieder drauf. Da gibt es ein gewisses Gewicht. Ich bin auch da drauf. Nein, nein, pass auf, pass auf. Wenn du jetzt drauf gehst, dann kannst du nicht mehr deinen Pfeffer nach vorne und du fliegst. Dann spring ich wieder runter. Dann springen wir erst mal. Dann springen wir los. Dann springen wir weg. Dann füge ich noch nicht mehr. Dann springen wir los. Ich will dir draußen. Dann trägst du das. Dann los. Dann los. Dann los. Wie musst du das machen, was hast du gemacht? Ja, keine Ahnung, ich hab mal so... Ah, mein Ziel! Zähl mal! Ah! Ich bin ja eigentlich, bevor ich in die Waffe bleibe. Ja! Ah! Habe ich mal die Waffe? Ja! Halt dich mal fest, wenn ich die Waffe bekomme. Ja, ruhig. Ich schätze auch bei dir. Du bist Engel! Ja, was soll ich eigentlich eigentlich sagen? Hör mal noch, bis zu viel, sonst will ich nichtwürde, jetzt. Schau mal noch! Wie komme ich denn? Komm ich an. Ja, schon? Kannst du das doch? Ja, wir fangen nicht in dir. ich steig wieder ab, weil wenn du gleich in die Falle fährst, soll ich aber absteigen. Was musst du denn noch mal einfalten? Den linken Bein nach unten. Bitte. Du bleibst hier den linken Bein nach unten. Den linken Bein nach unten. Wenn du jetzt nach vorne fährst, dann steig mal links ab. Den linken Bein dritter. Den linken Bein dritter. Den linken Bein nach unten. Den linken Bein nach unten. Lass ihn mal langsam. Der linken Bein nach unten. Den linken Bein nach unten. Ach, das geht auf. Das geht auch besser. Machst du den link ab? Du kannst es doch. Aber ich will echt nicht ab. Den linken Bein nach unten, denen wir schnell hinbekommen. Den linken Bein nach unten. Guck doch mal, vollwindig. Soll ich zeigen, wie ich abflege? Soll ich das nach vorne? Soll ich das nach vorne? Soll ich das nach vorne? Soll ich das nach vorne zeigen? Guck mal vor. Ich wünsch dir, du wirst es mal auf die Feste. Ich würde einmal gleich geben, ich verliere das. Wenn du oder ich hab vor, ja. Du hast dich gesehen? Du hast dich gesehen? Boah. Wenn ich das draußen fand, wird es dich auch klasse. Wenn ich das mache, willst du? Du hast es gemeint? Ja. Wenn man so richtig eng fährt, dann krieg ich mich dran. Warte, soll ich noch mal kurz? Das wird jetzt extra länger hier. Ja, ja. Komm, an der Durchzeit kriege ich jetzt länger. Danke schön. Lache schön, Lache schön. Warte. Lache schön, Lache schön. Lass mal fort mit dir. Okay, wenn wieder da, Mann. Okay, lass uns mal wieder Bad Real spielen. Nein, 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 nein. Ich hätte fast den Stream weg- Ich hätte fast den Stream weg gemacht. Eeey! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Lalalala! 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 What the fuck? Boom! Fee! Fee! Mach mal! What the fuck? Boom! Mach mal! Ey lass mir meine Mutter fragen ob wir PS4-Cards wieder kriegen! Weil die wollten uns ja letztes Mal holen aber hat ja nicht! Weiß noch? Jetzt hast du das Frost-Legenden-Pack vergessen! What the fuck? Hä? Da kommst du noch! Nein, jetzt nicht mehr! Wenn ich dann doch PS4-Cards kriege, hol ich mir dieses Shogun! Äh ne, meine sichere Schläger hol ich mir dann! Nein, mach das nicht mehr! Aber wenn wir draußen fahren, dann geh ich mal fahren! Effe! Ja, was ist das? Wenn ich PS4-Cards kriege, dann hol ich mir den hier! Und dann sicher Schläger! Was? Gibt es weiß nicht der Shogun? Nein! Der ist hier! Ich weiß! Guck mal, was ist Shogun! Gibt es auch Shogun ohne Maske? Nein! Lass mal meine Mutter gleich fragen! Hä? Lass mal meine Mutter vielleicht fragen ob wir, ähm, vielleicht PS4-Cards kriegen! So 10 Euro aber! Weil dann kann ich mir 6 Shogun! Und ich hoffe, es kommt der Galaxie nie wieder in den Shogun! Das war der geilste... Das ist mein Lieblings... Also mein Lieblings... Ähm... Pack! Ich hab mir noch den Royal Bomber! Der... Ja, der geht schon! Der... Der ist schon... Knackig! Mir fehlt noch der Xbox Game! Den will ich noch bald kriegen! Ich suche einen, dem ich vertrauen kann, der eine Xbox hat! Weil dann kann ich mir auch den Code holen! Aber vielleicht wird da bald irgendein Shop kommen! Die Zen-Senspitzakte oder sicher Schlücker sind die geilsten Spitzakten, die es gibt! Razer Synapse kurz, ähm... Die Zen-Senspitz sind die Ah Was? Mach das nicht auf. Da ist viel zu wind. Come here, boy! Come here, boy! Auf Handy. Ja? Erfa, guck mir mal auf deinem Handy auf Flaschen. Erfa, guck mir mal auf. Erfa, guck mir mal auf. Erfa, guck mir mal auf. Baby, komm, wir gehen durch die Wolke 10. Ich weiß, tu stehst. Erfa, guck mir mal auf. Erfa, guck mir mal auf. Das war's. Das war's. Mann! Junge, die ist ganz toll! Du sposti, Mann! Ich seh die Falle noch und ich lauf rein, Mann! was ist ich weiß guck mal meinen stream guckst du dir meinen stream an ich weiß du stehst auf meine also kommen wir gehen ich weiß du stehst guck mal meinen stream an ja 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 effe effe weil ich guck dir auch eigentlich zu ich weiß du stehst ich bin heute so schlecht ne ich bin so schlecht heute wie kommen wir gehen was effe komm mal du musst kommen bitte wie kann der schon diese spitzakke haben wie kann der schon diese spitzakke haben die da bekommt man so spitz kann ich ja machen mach ich gleich guck guck mir mal die ganze zeit zu ja ja hallo ich bin der coole junge ich werde meinen scheiß namen verändern ey 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 guck mal das lassen weil wenn das wenn man damit mit fettigen händen geht dann geht das kaputt baby komm wir gehen bis dann bis dann bis dann bis Fashion bis Nein, Mann! Hast du das gesehen, Mann? Ich hab so Pech, ne? Ich spiel immer gegen so Spastis, so richtige Tryharde! Richtige Wichser, Mann! Ich schwör, bestimmt der schlechteste Spieler der Lobby! Fick mein Leben, Mann! Ich muss ein bisschen Mucke dazu anbauen! Fick mein Leben, Mann! Fick mein Leben, Mann! Fick mein Leben, Fick mein Leben, Fick mein Leben, Fick mein Leben! Seine Haut am APG, mit einer hohen Blu und auch eine Cartier Rapper machen Welle wegen ihrer AP Aber ich will nur ne Richard Miller, meine Mom sehen Bald machen sie mir ein Eifer aus Freimodet Sie ist immer auf Dubai-Zeit gesteckt Stars machen auch gewollte noch eine Bestände So soll keine Madre, sie gefälscht Die Ella will Bugatti, wir rundfahren Ich will nur ne Richard Miller, Mom Ich will nur ne Richard Miller Jeder will ein Haus mit Wut am Strang Ich will nur ne Richard Miller, Mom Ich will nur ne Richard Miller Ich tausch an meinen AMG63 gegen eine frische RM63 Und leg noch 10 Millen drauf Ich tausch an meinen AMG63 gegen eine frische RM63 Und leg noch 10 Millen drauf Mann ich leg noch 10 Millen drauf Rappers sind auch brilli, so wie Lil Bam Bam Geilen auf die Milli-Milli Ja, sie machen ein Rad Mann, sie können alle blasen Bam 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 Denn eines Tages machen sie Machen sie, machen sie mir ein Eifer aus Freimodet Und ich bestell eine für alle Cousins Alle wollen sie haben, doch keiner hat Geld Mann sogar Neymar trägt sie gefälscht Die Ella will Bugatti, wir hochfahren Ich will nur ne Richard Miller, Mom Ich will nur ne Richard Miller, Mom Nur ne Richard Miller, jeder will ein Haus mit Wut am Strang Ich will nur ne Richard Miller, Mom Ich will nur ne Richard Miller, nur ne Richard Miller Ich meine, die gut die Leute waren. Sie waren nicht alle. Du hast keine Zeit, deine Website zu bauen? Dann klick jetzt nicht weg. Hey, warum sieht's hier aus wie im Nachrichtenstudio? Weil wir Hammer News haben. Top-Thema mit Jimdu. Warte kurz. Warte, warte. Ich will die Erle, yeah. Ich will die Erle, yeah. Das war deine Oli, deine Audemars, okay. Eine Hublot oder auch eine Cartier. Rapper machen Wille wegen ihrer HP. Aber ich bin nur der Richard Miller, meiner Mom sind. Was machen sie mir ein? Einfach drei Modell. Sie ist immer auf Dubai Zeit gestellt. Stars machen auch gewonnen, auch eine Bestand. So zum Kahn-Name-Halt, wenn sie gefällt. Sie erler will Bugatti, weh rundfahren. Ich will nur ne Richard Miller, meiner Mom. Ich will nur ne Richard Miller, meiner Richard Miller. Malerischof! Ich erler will ein Haus mit Kuhl am Strang. Ich will nur ne Richard Miller, meiner Mom. Ich will nur ne Richard Miller, meiner Richard Miller. Ich tausch an meinen AMG-63 gegen eine frische RM-63 und leg noch 10 Mille drauf. Mann, ich leg noch 10 Mille drauf. Ich tausch an meinen AMG-63 gegen eine frische RM-63 und leg noch 10 Mille drauf. Mann, ich leg noch 10 Mille drauf. Rappers sind auch brillig, so viel Lill-Pam-Pam-Greien auf die Mille-Mille. Ja, sie machen Nasar, Mann, sie können alle Blasen-Pam-Pam-Pam-Pam-Pam. Denn eines Tages machen sie, machen sie, machen sie, machen sie mir ein, als auch drei Modell. Und ich bestell eine für alle Cousins. Alle wollen sie haben, doch keiner hat Geld. Mann, sogar Neymar trägt sie gefällt. Ich kenne das. Ich kenne das. Ich kenne das. Ich kenne das. Okay, hör auf jetzt. 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Ich spiel sie alle Ich spiel sie alle Ich spiel sie alle Sie alle Ja Lass mal deine Rolle in deiner Haut am Apel gehen Deine Hubla und auch deine Gassier Rapper machen Welle wegen ihrer AP Aber ich will nur ne Richard Miller meiner Mom sehen Bald machen sie mir ein Alltag drei Monate Sie ist immer auf Dubai Zeit gestellt Stars machen Augeworte noch eine Bestände So soll keine Matrix sie gefälscht? Wie jeder will Bugatti weh rundfahren Ich will nur ne Richard Miller Mom Ich will nur ne Richard Miller Nur ne Richard Miller Jeder will ein Haus mit Pool am Schrank Ich will nur ne Richard Miller am Arm Ich will nur ne Richard Miller Nur ne Richard Miller Ich tausch an meinen AMG63 gegen eine frische RM63 Und leg noch 10 Millet drauf Mann ich leg noch 10 Millet drauf Ich tausch an meinen AMG63 gegen eine frische RM63 Und leg noch 10 Millet drauf Mann ich leg noch 10 Millet drauf Rapper sind auch brillig so viel Lill Bam Bam Gehen auf die Milli Milli Ja sie machen Adar Mann sie können alle blasen Bam 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 Denn eines Tages machen sie Machen sie Machen sie Machen sie mir ein Alltag Ein Modell Und ich bestell eine für alle Cousins Alle wollen sie haben Doch keiner hat Geld Mann sogar Neymar trägt sie gefälscht Jeder will Bugatti, Bair und Fang Ich will nur ne Richard Miller am Arm Ich will nur ne Richard Miller Nur ne Richard Miller Jeder will ein Haus mit Pool am Schrank Ich will nur ne Richard Miller am Arm Ich will nur ne Richard Miller Nur ne Richard Miller Warum spielen Millionen von unserer Joyce World of Tanks. Nun, ich mag rammen. Zerschlagen. Fahren. Cruisen. Anzünden. Ausdrexen. Schnelle Abschüsse. Schüsse aus dem Hinterhalt. Vollstreckung. Ich hab gerade sieben allein sie gemacht. Schließe dich Millionen von Spielern in World of Tanks an. Jetzt auf dem PC spielen. Ich muss ein bisschen Treppen meditieren. Stanley. Ich werde dir die Anregung vergessen. Sie hatten in den Wagen, aber es ist nicht so weit genau. Ich hab dichfunding an, weil ich nicht mehr fachlich questo kann. Und dann muss ich mich nicht so weit, weil ich mich nicht mehr fach, mal entspricht. Ich bin 12.13 Uhr im Rollen, 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 Baby auf meinem Mercedes, Mercedes Es ist egal, ob sie wollen, ob sie wollen oder nicht, Baby. Ich komme Mercedes, 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 Mercedes Mary said es, 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 mein ganzer Volk ist der Gewalt für den Mary saidness. Die mat-schwarze Politur von meinem Benzer, spiegelt nur die Tatsache, dass ich Geld mach. Anfang 20, doch ich zähl mehr kleiner als ein Banker. Ihr fragt mich nicht warum, denn mein Name ist Enza. Der Kiro ist connected wie die Telekom, deshalb jede Woche neue Nummer in meinem Telefon. Der Zeiger meiner Mini steht auf Million. Auf Million, Milli, 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 Million. Auf der Rückbank nicht 5 Gramm, sondern 5K in Vakuum. 12 Zylinder auf Kickdown, 2,40 auf Dacho. Mein Outfit kein Discount, nur Jogger, kein Sakko. Direkt aus Milano einmal tragen und nach uns können's abholen. Ich fahre durch mein vierter Bruder, alles salutieren, als wäre ich der Präsident. Gelegt es an meinem Charme, meine Aura oder einfach am Mercedes-Benz? Einfach am Mercedes-Benz. 22 Zoll Felgen rollen, Baby, rollen, Baby. Auch meine Mercedes, Mercedes. Es ist egal ob sie wollen, ob sie wollen oder nicht, Baby. Ich komm mit Meryl Se scoop, mei7 lên. Merl Se scoop, mei7 ler, i7 ler, i8. Der, i4 ler, i9 ler, i8. Herz chocolate. Der, i7 ler, i9 ler, i7 ler. Und wer macht bei Hack-Mack den Dreck weg, der Anwalt In X-Level Waller, ich spiele um mein SL mit Katschaks Erst Black, checkt an Taula Es läuft Sopranos auf dem 10-Tall LED, Autopilot, ne ganze Staffel in mein Mercedes Und ich fahre durch mein Viertel wie der Präsident Ausnahmezustand, sehen Sie den Mercedes Geld sind die Gäzlere, jimbys, ne Moralarda Benim arabam Mercedes, Mercedes Boşver diskoyu, barları, açalım camları Uh, Mercedes, Mercedes 21,12, roll baby, roll baby Auf meinem Mercedes, Mercedes Es ist egal ob sie wollen, ob sie wollen oder nicht, baby Ich komme Mercedes, Mercedes Mercedes, 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 Mercedes Mercedes, Mercedes, Mercedes Mercedes, 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 Mercedes Mein ganzer Volk, so sehr genau für den Mercedes Ich habe schon etliche Bergtouren auf der ganzen Welt unternommen Aber Wandern in Japan war schon immer anders Einzigartig Die Natur hier lässt dich einfach nur stauen Und dann hältst du inne und bist plötzlich mittendrin Du folgst den Spuren der Pilger und Händler aus alten Zeiten Auf Wanderwegen durch dichte und üppige Wälder Egal wo du hinkommst Überall triffst du auf lächelnde Menschen Die dich genauso warmherzig und freundlich empfangen wie der Wald selbst Nein Wandern in Japan ist einfach mehr Es ist eine Reise in die Seele des Landes Und ein Weg zu mir selbst Aber reicht das so, wie ich gerade insistiere? Reicht das? Es wird Zeit Meine Märys Gute, ja Immer wenn ich in Tiere, dann mach ich so Baller meine Packs, die Texte für die Leider Jacke mit Pilz, die Glänze von Designer Wieder mal der beste, beste Bandailer Digga, ich bang, du denkst, es war einfach Kommen alle Weiber Wie ne Leiter, geh ich hoch, aber Mehr mich für Waho, Fußballer Los, Baller, wo sind deine Jungs? Wo? Kommen nur mit Volo 6-2 Ticke die Reime und rippe die Scheine Geh mal, du lieber zur Seite Digga, ich komme alleine und halte dich Wekel, ich hab ne Hände Du Pisser, du Pisser, du redest zu viel Ich esse dich, hoff, Digga, Bon Appetit Mein Fahner mit G, mehr mich, Speedcard, du weed Meine City, Habib, also geh weg Auf dem Weg nach oben, will die Milieu Geh zur Seite, Digga, ich will alles hoch Aber wie, ich baue, ist krass, ne? Für dich ist Meadow sein, der Liga viel zu hoh Und bald bin ich in den Chart Ich sehe Haar, Baller Lo, 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 lo Mit Wummel aufm Scho, 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 Scho Und mein Name wird halt groß Oh mein Gott, ich hab gerade 10, äh, 10,90 Kannst du das? Ich hab's euch gesagt, alle Ich hab schon alles nur durch Handy-Videos gefickt, Mann Ihr habt lang genug gewartet Aber jetzt bin ich da Und ich werd alles auseinandernehmen Ihr habt gerade ein Urginal-Medley-Flow gehört Aber jetzt wird's krasser Jetzt kriegt ihr den krassesten Part, Mann Geh Cannabis Wala, los, G, D, H, A Bum, beim Ding, Pam, tam, bin ich dran, Mann Asoziale-Floss von einem jetzlarm Bitte lass mal deine Gangster-Filme, weil ich dich nur am last Dann willst du die Marmada-Fuck, banna-Bak Kriegstabba-Katz Komm mal mit dem Brat, tanzlos, dasća-dass Bada, wieder unnormale Floss Deine Husten gucken zu, wahl der Mera-Bada, fickt mit der Shoß Geh dir die Gegend, weil Tyja der Bada Sind Regeln hier in meiner Stadt Ja, herrw, ja, Mera will alles, denn alles ist Bada Und Bada macht satt NS schießt auf Enemies und jeder sieht Wer Welles schiebt, fällt immer tief, meine Schelle zieht Ja, das kennen sie Auf dem Weg nach oben in die Milieu Geh zur Seite, Digga, ich will alles hoch Für dich ist ja nur deine Ega, die zu hoch Sobald bin ich in den Charakter, wir haben alle Oh, 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 oh Ne Wummel aufm Schuss, 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 Schuss Und mein Name wird da groß, groß, groß Bruder, Russ, der Seimschüsse fallen die Gerust 고민 aufm Schuss, 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 Scho, ho, oh, oh La, la, la ,la, la, 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 la Fuck this hat they too Barla lo, 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 lo... Jeff Lופent Or your hair to going ich bin david david jealous kam ich Ja. Jetzt kommt ein Angrischkernmusik. Ja. 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 Sein Tag 1, 2, schon immer nur mein Hobby, Hobby. Heute ist es mein Beruf, doch bleibt mein Hobby, Hobby. Ich bin da, wie gesagt, ticke ich alles, wo dann ab. Den Scheiß, den ich hier bringe, ist mein Hobby, Hobby. Sein Tag 1, 2, schon immer nur mein Hobby, Hobby. Heute ist es mein...